Nein, nicht dein Ernst, hier sind zwei Türme direkt nebeneinander. Schön. Vier fünfen. Vier. Vier Silber und 32 braune. Für ein Teil? Nein, alles beides. Okay. Wie viel braune, was hast du? Ein paar, 32 oder so. Gibt nur 34. Das ist gut. Was dumm ist, jetzt habe ich... Warte mal, wie wäre es so? Und ich nehme noch Kettenschuhe oder so? Okay. Ist ein Kettenhahn, also so ein Ketten-Teil, dennoch gut? Bisschen besser als Eisen. Hält länger als Eisen und ist ein bisschen besser als Eisen. Ich weiß nicht, wie viele Rüstungspunkte hast du. Ja gut, danach kann ich hin. Warte, du hast keinen Helm, ne? Ne. Oh. Shit, ich vergesse immer, ob die fallen hier rauf zu hauen. Das sollte eigentlich auch aufs Mod-Pack rauf. So, mal schauen. Sind wir noch nicht fertig mit dem scheiß Bildbauer. Ganz ehrlich, ich habe ja nichts gegen Kult, den Einzug von Kultur, aber... So ein bisschen beeilen können die sich ruhig, nur so... Wie diesen Bildbauer, den sie sowieso nur aus Dreckböcken wieder bauen. Das Dumme ist, ich brauche Zuckerrohr ohne Ende. Scheiße, jetzt ist mir was eingefallen. Toll, ich habe ganz viel Zuckerrohr. So, ich komme her und gebe dir Zuckerrohr. Und du gibst mir Geld wieder, doch. Doch, das machen wir jetzt. Nö. Junge, ich gebe dir jetzt. Nein, ist schon gut. Du bist ein Wichser, ne? Warte mal ganz kurz. Erdgeschoss steht züge mir. Kapitel der Satu noch nicht begonnen. Kapitel der Alchemist noch nicht begonnen. Kapitel der Fallen King noch nicht begonnen. Also ich fange von Kapitel 1 an. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das bewerkstelligen soll. Der Satu soll irgendwie so... Soll irgendwie... Hier, wie heißt der... Oder wollte ich gerade sagen. Hier. Ähm. Ich komme nicht drauf. Ach, da ist der andere Turm. Wenn er das denn war. Als er jetzt reizt, mir... Das ist cool. Noch ein Turm. LOL. Okay, wer war da das nicht? Dann habe ich jetzt vier... Sechs Türme. Und drei davon sind schon kaputt. Aha. Ich bin übelst gefickt hier, ne? Ich kann das nicht. Ich habe schon ein ganzes Drittel meines Munitions... ...und ich kann ja nichts einstecken. Und ich habe nur ein behindertes Eisenschwert. Ja, das ist scheiße. Ich habe schon mit meinem Diaschwert ein paar Probleme gehabt. Alter. Ach, Zombies. Okay, und du hast Pech. Umso länger man braucht, umso schlimmer ist es. Das heißt, man... Wenn es gut gehen soll, dann muss man da richtig durchrushen. Damit über... Weil, solange du da drunter bist, spawnen über dir ja schon die ganze Zeit die anderen Penner. Man, ich muss irgendwo an Wasser ran. Nee, ich brech ab. Ich habe die Schnurze voll. Ich habe die Schnurze voll. Mein Eisenschwert ist schon wieder fast kaputt. Mann, ist das eine Kacke. Die Schnurze voll. Nein, ich finde einfach kein... Zuckerrohr. Da ist was. Noch ein Turm. Was dumm ist, bei mir ist jetzt hier ein Meer. Ach, da hast du Gerrohr. Gut, gut, gut. Ich brauche hier nur so ein bisschen, damit ich die Bücherregale bauen kann. Wenn ich hier fertig bin, habe ich genug. Hä, aus was ist der Turm denn? Noooil. Mit Glowstone drin. Ach ja, 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 ich weiß schon. Okay, nicht. So. Diesen Bergbiom. Hm, gut, okay. Wieder Zuckerrohr ein bisschen. Das sieht doch gut aus. Es ist mir auch einfach nicht vergönnt, Diamanten zu finden, ne? Ich habe auch erst zwei gefunden. Also so in den Höhlen. Und Schächten. Ja, ist doch immerhin was. Joa, schon anfangen, aber auch nicht viel. Im Vergleich, ich habe 51 Dias gehabt. Äh. Zwei Stück davon habe ich gefunden, hinten wie. Ich habe null Diamanten. Ich habe vier Eisen. Mein Eisenschwert ist schon wieder kaputt. Noch ein Turm. Mann. Stell dir mal vor, ich würde jeden einzelnen ausrauben. Das mache ich nicht, weil ich da... Zeit jetzt auch gar nicht habe und auch nicht die Lust, jetzt auch so gerechnet, in jeden Turm reinzurennen. Da ist ganz viel Zuckerrohr. Geil. Ich dachte, Millionär heißt, dass man hier reich wird. Ich bin hier scheiße arm. Wie leitest du das denn her? Das heißt ja nicht... Das heißt ja nicht... So, sondern... So. Ja, weil es französisch ist. Ach so. Das heißt also Millionär tatsächlich übersetzt. Ja. Doch. Weil... Ich weiß nur, dass ich jubelste Arschkarte habe. Nein, nicht dein Ernst. Diese zwei Türme direkt nebeneinander. Ich würde sie sich küssen. Da sind nur zwei, drei Blöcke zwischen Platz. Ich habe ein Halmstack-Zockerrohr jetzt. Das müsste reichen. Dann habe ich ja auch noch die Farbe von mir. Ah, da ist schon ein zerstörter Turm. Ich glaube, ich bin daheim. Oh, jetzt bin ich bei deinem Bergbau gefallen. Das wäre ja nicht so toll. Ja, für mich wäre es nur aufmunter worden. Gut, ich springe in das Loch hier. Ich habe eine Herz-Damage bekommen. Und das Loch springe ich auch. Weil ich tief bin. Das machen wir jetzt mal zu Papier. Jetzt brauche ich Leder. Wo habe ich mein Leder? Deswegen wollte ich auch kein Leder verkaufen. Aber das braucht man ja für Bücher. So, neun Bücher. So, aufpassen, dass da jetzt kein Fuzzi drin ist. Ist hier irgendwo eine Oma? Ne, gut. Oh, nicht dein Ernst. Ich bin nicht spinnsicher. So. Welches Level kann ich ein Enchanten? Max Level Enchant 18. Ach, leck mich doch. Es reicht noch mehr. Es reicht noch mehr. So, 43 Barley. Dann machen wir doch mal was. Vielleicht noch irgendwie Barley Floor. Vier Stück. Na gut. Na gut. Auf die einen kommt es jetzt auch nicht an. Fünf. Sechs. Machen wir mal sechs. Kohle da rein. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg. Warte, ich hab sechs Papiere. Wenn ich jetzt noch Leder bekommen würde irgendwie, dann hätte ich, dann wäre das richtig geil. Weil, zwei Leder noch und ich könnte nochmal ein Bücherregal bauen und dann könnte ich theoretisch auch Enchanten vernünftig. Das sind aber nur Schweine. Was war das da eigentlich noch? Ich hab echt nur Pech, ne? Ich bin so anbiszt. Ach, der Schaffarmer. Genau. Alter, hab ich so viel Geld ausgegeben für so eine behinderte Rüstung. Jetzt hab ich gar kein Eisen mehr, weil ich mir auch diese Waffe gecraftet hab. Die bringt auch kaum was. Das ist fast alle schon wieder. Boah, bin ich angepisst, ne? Was benutzt du die Waffe denn überhaupt? Ich benutze sie nur für die Zyklopen. Wüste. Ausgezeichnet. Aber ich find auch einfach kein Normandendorf, ne? Ich geb dir eins. Nein, ich will keins in deinen Ländern. Da fühl ich mich immer unter Beobachtung. Ach, ich fühl mich arm. Das ist schlimmer. Ich bin die ganze Zeit auf der Flucht vor Monstern. Kann mich nicht verteidigen. Oh, ist das eine kleine Wüste. Mann, das ist ja schon fast erbärmlich. Neuer... Oh, Hindidorf. Leck mich. Nein, nein, nein! Creeper hat sich gesprengt und alles zerstört. Gut, dass ich hier nicht wohne. Gold, Eisen, Knochen lasse ich drinnen. Knochen, Knochen, Knochen. Gold. Smaragde und Eisen. Gut, dann eben das TNT hier mitnehmen. Kannst du mir gleich mal einen Turm rein? Da höre ich auch auf dich zu nerven. Das ist, äh... Schön. Jetzt ehrlich, du kannst das so durchrushen, bitte. Okay. Du musst mir da viel Lieder geben. Ich denke, du wolltest viel Diamanten. Ja, das auch. Eigentlich wolltest... Ah, ne, schon gut. Ja, die Dias. Ich habe Kür gefunden. Das ist schon gut. Darauf habe ich gewartet. Dann nehme ich gleich noch alle mit. Dass ich hier zwei Leder mitnehme und eine Wiederherkommen muss. Das wäre natürlich ein bisschen dumm. So, das Fleisch nehmen wir natürlich auch mit. Eigentlich hatte ich vor, vorher zu entschänden, weil wenn ich da sterbe, dann bin ich übel zu angepisst. Deswegen will ich mal eben das Bücherregal bauen und dann komme ich. Ja, gut, okay. Damit ich zum Beispiel mein Schwert mit Schärfe entschänden kann oder so. Zumindest Schärfe 3 oder so. Das muss ja schon reichen. Das kann ja schon reichen. Schon wieder ein Meteoriteneinschlag? Alter, ich glaube das nicht. Ich glaube, der war hier vorher noch nicht. Das Stumpfe ist manchmal passiert das einfach so. Und man merkt das gar nicht. Ach, das ist... Ich dachte, ich hätte eine außerirdische Pflanze gefunden. Weil die stand auf einem Meteoritenblock. Und dabei war das nur Baumwolle. Gut, dann kraften wir mal das fertig. So, zwei Leder. Ergibt zwei Bücher. Jetzt habe ich drei Bücher insgesamt und machen wir mal ein Bücherregal. Wie High Level kann ich denn jetzt entschänden? Hoffentlich 30. Das wäre perfekt. Und? 20. Na gut, dann ist das eben jetzt so. Dann packe ich eben auf alles so ein bisschen was drauf und dann ist okay. Gut, erstmal auf Englisch stellen. Wir wollen ja hier nicht crashen. Wie ist das hier denn so? Ja. Na hier ist ja Better Enchantment drauf. Achso, deswegen. Wir haben Better Enchantment. Ja. Lol. So, Diamantschwert. Schärfe. Eins, zwei, drei, vier. Schweine, ich habe das Pack erstellt, aber kann mich da gar nicht dran erinnern. Wohl stimmt, ich fand das glaube ich cool. Boah, macht Sinn. So, jetzt bin ich noch Level 28. So. So, Repair Cost benutze ich einfach mal. Und hier auch nochmal. Da kann ich hier Knockback nochmal raufpacken. Okay, reparieren kann ich das nicht mehr, aber das muss jetzt auch nicht sein. Gut, ich habe Enchantment. Ich habe jetzt ein Diaschwert mit Schärfe 5 und Rückstoß 1 und eine Diaschwert mit Glück 3. Das ist gut. Schärfe 5? Ja. Das ist heftig. Naja, irgendwie muss ich da mal vernünftig reinrushen. Durchrushen. Dreck, Dreck, Dreck. So. 6 Eisen. Kann ich mal eben 8 in den Ofen tun. Habe ich auch einen Platz für Geld hier irgendwo? Ich habe mir so eine Börse gekauft, so ein Säckchen. So, das... Nö. Kostet aber auch 32 Silbermünzen. Oh, das ist ja viel. Verdammt teuer, ja. Viel will ich gar nicht ausgeben eigentlich. Wie macht man das dann? Wie viel kommt da dann rein? Alles passt da rein. Also, es ist nicht so wie so eine Tasche oder so ein Rucksack, den man öffnen kann und da Sachen reinlegt, sondern da steht dann drauf, wie viel Geld du insgesamt hast, oder was? Ja, man kann Rechtsklick machen, hat man es im Inventar, macht man mit dem Sack in der Hand wieder Rechtsklick, ist es aus dem Inventar raus im Sack drin. Und wenn es im Sack ist, kann man damit auch bezahlen trotzdem? Oder muss man das dafür aus dem Sack rausholen? Nein, dann kann man trotzdem bezahlen. Okay. Warte mal ganz kurz. So, äh, habe ich Platz, ja, habe ich, gut, ich komme. Ich tp mich jetzt einfach, ja? Ja. Zu dich, äh, zu dir? Ja. Habe ich jetzt. Ich hätte mal Verbrennung nehmen sollen, nicht Daddl. In was für den Niederaufgaben sind wir gerade? Bizantisch, bizantisch. Kann man sich das denn aussuchen, was man darauf nimmt? Ja. Da sind so eine Regler, die kannst du rüberschieben und dann kannst du darauf packen, was du willst. Die sind Eisturm da. Ja. Was kriege ich mit dir? Oh, ich spreche dir auch noch hinterher, Mann. Hey, lol, dahin macht's einen Steinbruch. So, weit weg. Ja, manchmal ist es ein bisschen komisch, wie die die setzen. Okay, ich werde da jetzt reingehen. Ja. Ah, scheiße, ich habe... Ah, kacke. Komm, ich muss noch mal ganz kurz weg. Verdammt. Okay. Ich habe das hier aufgeschrieben. War das so? Ähm. Waypoints. 89. 69. 60. 700 dran. Okay, gut, das war das. Okay. Ah. TP. 89. 89. 66. 723, so, weil ich keinen Bock habe, nachher auch noch im Boden zu backen oder so. Gut, MP44. 40. Ich glaube, das reicht an Ammo. Wenn nicht, dann muss ich eben 1-2-mal draufschlagen, nochmal auf den Fuzzi. 923, so, wenn ich euch höre, achtlich. 85. 87.